Gude! Hi! Wir machen jetzt noch ein paar Pancakes, hoff es auch, dass es doch nicht immer war. Ah, tut mir leid. Ich dachte, wir haben Bitches oder Penis in ihren Videos. Also, der Simon macht jetzt noch ein paar Pancakes, dann gehts los auf unsere Reise. Mädels! Yeah! Ernie ist da! Wir machen jetzt noch ein paar Prost. Wir machen jetzt noch ein paar Prost! Ihr volta ich es, komm komm! Komm! Los, los! Los, los! Jetzt noch warte! Los, los! Los, los! Los, los, los! Los, los! Los, los! Los, los! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf jeden Fall sind hier ganz ganz viele Koalas, da ist schon einer im Baum am Schlafen, wir richten auch hier Wir machen hier unser Lager, sieht ein bisschen wild aus, ne? Geile Karre hier Die Mädels machen in der Küche Wraps, unsere Lieblingsspezialität hier in Australien Ich steppe gerade mal rüber zu denen Wie läuft's Mädels? Ja gut Das ist echt krass Ach die Jungs denn jetzt noch Wir bauen auf Zwiebeln, das Beste Guten Abend Guten Abend So und jetzt? Da werden wieder die Wanderschuhe vom Vater ausgepackt wieder, hä? Ja? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Cheers! Cheers! Cheers da hinten! Cheers! Dani! Thank you! Guten Morgen! Hallo! Wir haben heute wild gecampt. Einfach hier auf so einem Feldchen. Wir haben hier unser Lager aufgebaut. Hier habe ich geschlafen. Da sind Ernie und Jule noch am Schlafen. Deswegen ist mehr in uns. Wir kommen gleich in die Nähe aus. Ich habe nämlich im Auto geschlafen. Mädels! So geil! Ich muss das gerade mal vor und weiter weg zeigen. Das sieht richtig gut aus. War glaube ich die beste Nacht der Nacht in meinem Leben. Richtig cool ey. Und dann haben der Chris und ich haben gestern noch hier ein bisschen gequatscht. Und am Sternenhimmel. Haben die Sternschnuppe gesehen. Haben Flederboys gesehen. Haben Kängurus gehört. Ich muss mich irgendwie noch in meinem kleinen Couton ein. Fünf Minuten noch mal ratzen, Digga. Ist drin, oder? Ist doch drin! Ist doch drin, oder? Ist doch drin! Piss dich! Piss dich! Piss dich! So krass ist meine Raufhauke. Ja, Mann. Ich sehe gar nichts mehr. Piss dich, wenn du in die Raufhauke. Piss dich, wenn du aufbleiben. Piss dich! Piss dich! Piss dich! Piss dich, Leute! Was ist das? Piss dich! Ja, Mann. Ein gutes. Das nächste Lager ist hergerichtet. Essen wird auch wieder gemacht. Gell? Feuer ist aufgerockt. Meister Chris, läuft das gut hier? Super, klasse! Gute Nacht! Feuer ist aufgerritet. Feuer ist aufgerstanden! Feuer ist aufgerichtsbar. Feuer ist aufgerichtsbar. Feuer ist aufgerufen und ver 같아서 nicht. Oti, wenn du das jetzt sehen könntest, was wir hier alles wandern, dann wärst du sehr, sehr, sehr steils auf mich. Das hier wär voll dein Ding. Oh, 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 oh. Oh no! Was geht? So! I am alone with the boys Oh, you have to mix it So, what happened with the girls Simon? We lost to them We lost them They fallen down from the cliff Do you like it? Yeah A new creation Corn, beans, tuna, noodles Lecker Good night Good night Good morning 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 Good morning